Du bist ein Rainmaker, ein Moneymaker, eine Gelddruckmaschine und all dies sieht so mühelos aus. Dein Pokerface sitzt perfekt. Dein Duft ist herb, schwer und bleibt in Erinnerung. Er kündigt Dich an, lange bevor Du erscheinst. Deine Energie ist kraftvoll, energetisch. Der Stoff, der Deinen Körper umhüllt, ist maßgeschneidert. Deine Uhr ist schwer. Deine Schuhe glänzen tadellos. Alles an Dir symbolisiert Macht. Du ziehst Menschen an, wie das Licht die Motten. Doch da, wo Licht ist, ist auch Dunkelheit. Deine Wohnung ist makellos. Ich fahre mit meinem Finger über den tiefschwarzen Lack. Das knisternde Kaminfeuer spiegelt sich im Chrom. Die Aussicht, ähnlich wie in Deinem Office, ist atemberaubend. So viel Glas und ein Blick, soweit das Auge reichen kann. Die Welt unter Dir winzig klein. Geschmackvoll und doch steril. Als ob Du kaum hier wärst, bist Du wahrscheinlich auch nicht. Denn Du, Du arbeitest. Hältst Dich an dem Plan. An den ursprünglichen Plan erinnerst Du Dich vielleicht nicht mehr. Denn der Wettkampf um die begrenzte Menge an Mannis da draußen lässt selbst die Besten die Orientierung verlieren. Und jetzt, jetzt kreuzen sich unsere Wege. Warum dies geschieht? Hm, das Brain, das Brain, das bist Du. Und während Du ein bisschen überlegst, schlendere ich noch ein klein wenig herum. Du weißt gerade nicht, ob Du verärgert oder belustigt sein sollst. Ich irritiere Dich. Vergiss nicht, worüber Du nachdenken wolltest. Darüber, warum ich bei Dir bin. Und, schon irgendeine Idee? Folge Deiner Intuition. Tick-Tack, Tick-Tack. Sehr gut. Ich weiß, dass Du es immer wieder hörst. Doch für Dich ist dafür kein Platz. Und dennoch. Tick-Tack, Tick-Tack. Auch Deine Sanduhr läuft. Und jetzt? Jetzt hör auf meine Stimme. Es ist an der Zeit, Dich zu fragen, was für Dich wirklich wichtig ist. Ob es nicht noch einen Traum gibt, den Du nicht nur träumen, sondern auch noch leben willst. Ein Abenteuer. Nimm Dir Zeit für Dich, auch wenn Du keine hast. Und ganz vielleicht auch eine Auszeit. Nicht von einem Extrem ins andere, aber eine kleine Auszeit. Eine Auszeit, die es Dir ermöglicht, Dich, das Leben wieder wahrzunehmen. Tick-Tack, Tick-Tack, Diamond. Ich komme bald wieder. Und bis dahin, atme, lebe und folge Deinem Herzen. Notorious bist Du schon. Ein Diamant, eine Zukunft. Ein cess und nem hinein. Stekt Euro verspann E bis und cards Untertitelung des ZDF, 2020